Und damit herzlich willkommen zurück. Let's play Fishing Planet. Wir müssen mal kurz unser Inventar ändern, denn wir befinden uns jetzt in einer relativ guten Beißzeit. Wir haben wirklich viel Pech gehabt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich möchte gar nicht mehr großartig rumjammern, aber hier ist eine ganze Menge schief gelaufen. Aber jetzt so in den letzten paar Minuten der letzten Folge schon hatten wir eigentlich ordentlich Fangergebnisse. Und ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht. Laut Wetter haben wir jetzt eine gute Beißzeit. Wir arbeiten in einem Meter Tiefe und haben noch sieben Forellenköder. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt noch die ein oder andere schöne Forelle hier rausziehen können. Ich hätte natürlich auch mal gerne eine goldene oder eine Regenbogenforelle. Ich kann mir vorstellen, Regenbogenforellen werden wahrscheinlich eher weniger wert sein, aber vielleicht die Goldforelle dafür mehr. Ist eine Vermutung. Kann ich jetzt natürlich nicht behaupten, aber vielleicht kriegen wir ja noch die Möglichkeit, das mal rauszufinden. So, und jetzt möchte ich hier natürlich keine großartige Zeit verschwenden, sondern ich würde jetzt natürlich hier gerne Fisch fangen, wenn sie sich jetzt schon mal so beißfreudig zeigen wie in den letzten Minuten. Das hier war ein komischer Wurf, da sollte die Pose nämlich nicht hin, aber vielleicht ist es ja ein Schicksalswink und ich soll die Pose jetzt mal hier stehen lassen, weil ich hier jetzt das Monster von Loch Ness fange. Aber wohl eher nicht. Schade. Hätte ja sein können, dass das Schicksal mir auch mal was Gutes tun will. Hat es hier in diesem See bisher nicht viel Gutes getan, muss ich sagen. Aber naja, wie gesagt, wir wollen uns gar nicht beschweren. Haben ein bisschen Pech gehabt, haben glaube ich zwei sehr große Fische verloren. Einmal durch einen dummen Fehler von mir und einmal einfach, weil ich ja nicht richtig gecheckt habe, worum es ging, obwohl es wäre trotzdem die Frage gewesen, ob wir den Fisch hätten anders halten können. Ich glaube, jetzt haben wir hier zum Beispiel wieder einen, der zumindest nicht ganz klein ist, obwohl doch wahrscheinlich ein Weißbarsch auf Lachseier. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir, also das, boah, meine Güte. Naja, okay, gut. Wie gesagt, sei es drum, ich will gar nicht zu sehr meckern. Wir brauchen ja eh noch, meine Herren, wir brauchen ja eh noch ein bisschen Gewicht für unseren Kescher. Es fehlen nach wie vor drei Kilogramm. Und die sollten wir halt schon, wir sollten wenigstens den Setzcacher voll machen. Dadurch, dass wir halt uns hier ein Level abgeholt haben, kann man zumindest sagen, unser finanzieller Schaden wird sich in Grenzen halten. Das sind 1500. Das heißt, wenn wir jetzt noch 1500 in unseren Setzcacher reinkriegen, dann muss man sagen, sind wir eigentlich plus minus null hier weggegangen. Weil wir halt viele, viele Artikel gekauft haben, haben wir zwar deutlich weniger Geld als vorher, das ist aber nicht schlimm, denn dafür haben wir ja zum Beispiel den 15 Kilogramm Setzcacher. Dafür haben wir eine neue Matchroute. Dafür haben wir einiges an Köder gekauft, wovon auch noch eine ganze Menge da ist. Also das ist schon in Ordnung soweit. Da kann man sich jetzt gar nicht großartig beschweren. Und wenn ich hier das hinter mich gebracht habe mit einem plus minus null Schnitt, dann bin ich so zufrieden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Denn das lief ja wirklich eher grenzwertig bis ziemlich beschissen hier. Aber na gut. Ein Level haben wir hier auf jeden Fall voll gemacht und das ist gut. Damit kann man auch schon, denke ich mal, ganz gut leben. So, jetzt machen wir weiter. Da war, glaube ich, gerade mal ein kurzer Zupfer zu sehen, aber das hat sich dann auch relativ schnell wieder erledigt gehabt. Ich gucke mal jetzt hier. Ziehen wir nochmal, lassen immer ein paar Sekunden stehen. Wenn keine Aktivitäten am Schwimmer sind, ziehen wir mal zwei, drei Meter ein. Lassen wieder stehen. Gucken, ob vielleicht Aktivitäten am Schwimmer zu sehen sind. Und, ja, und das ist hier sogar der Fall. Hier war auf jeden Fall gerade was dran. Da scheint wieder was dran zu sein. Und, oh, entweder ein sehr kleiner Fisch oder was ist denn jetzt da los? Okay, ja, das ist eine junge Halsabschneiderforelle. Ich dachte schon, der Köder wäre abgerissen oder so, aber das war halt einfach ein nicht so besonders großer Fisch. Deswegen konnten wir ihn direkt rausziehen. Aber, naja, ist okay. Wie gesagt, auf die 1500 müssten wir eigentlich kommen. Und durchs Level-Up haben wir dann halt doch noch ein bisschen Geld gemacht und zumindest ordentlich Erfahrungspunkte haben wir ja dann hier doch noch gesammelt. Wenn man ein ganzes Level vollkriegt, ist das okay. Mich ärgert halt, dass wir im Prinzip hier nur drei Fischarten gefangen haben. Das sind einmal diese Halsabschneiderforellen, dann schwarze Creppies und diese verdammten Blaubarsche da. Und, ja, dass wir im Endeffekt sogar nur zwei ordentliche Fische gefangen haben. Also wir haben wirklich nur zwei, zwei oder drei, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, zwei oder drei erwachsene Halsabschneiderforellen gefangen. Und der Rest war einfach Schrott. Diese Creppies, das ist ja kein Drill. Diese Barsche schon erst recht nicht. Und die jungen Forellen, die kannst du halt auch einfach rausziehen nach Belieben. Und das ärgert mich schon ein bisschen. Das ist doof. Also ich hätte hier schon gedacht, dass wir ein paar mehr große Fische fangen können. Ich meine, zwei mehr hätten es sein können. Das haben wir selber verbockt. Aber gut, ich glaube, der eine, der war einfach für unsere Ausrüstung zu krass. Weil wenn er 30 Meter oder 40 Meter, waren es glaube ich, von der Schnur nimmt, ja, dann, ähm, ja, wir hätten die Bremse noch ein bisschen fester stellen können. Das hätten wir machen müssen sogar eigentlich. Aber, ja, es ist auch jetzt schon egal. Wir gucken mal halt, dass wir jetzt hier noch wenigstens ein paar Fische rausziehen. Am besten, wir haben noch fünf Lachseier. Am besten fünf erwachsene Forellen. Und wenn das so ist, dann bin ich vollstens zufrieden. Aber das kann ich mir natürlich beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass das so kommt. Hm. Die Pose ist im Tiefschlaf. Da tut sich gar nichts gerade dran. Und wir haben 17.35 Uhr. Eigentlich sollte sich da jetzt einiges dran tun hier momentan. Aber das, äh, ja. Das ist nicht der Fall. Schauen wir mal hier direkt vielleicht vor, direkt vor der Nase vielleicht. Manchmal ist das ja so. Also, ich meine, viel weiter sind wir ja am Anfang gar nicht rausgekommen. Zwei, drei Meter weiter. Das war natürlich auch eine ziemliche Gurkenaktion, dass ich, äh, das nicht rausgefunden habe. Aber, naja, also jetzt, äh, auch da. Auch da kannst du nichts machen. Och, der Köder wurde gefressen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, da haben wir wahrscheinlich einen zu krassen Anschlag gesetzt hier. War schon recht nah vor Kopf. Da hätte der Anschlag wohl etwas leichter ausfallen müssen. So, da waren es nur noch vier Lachseier und kein Fisch mehr. Das ist schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, 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 so is it, so is it. 12,339 Kilogramm sind im Setz-Casher. Und, ja, ich finde auch wirklich, ich, ich habe ja auch nirgendwo so einen richtigen Hotspot gefunden. Das ist ja auch eigentlich ein Problem gewesen, ne. Wir haben mal hier und mal dort geangelt, mal hier und mal da und haben überall mal ein paar Fische gefangen oder so. Aber, ja, wir haben nicht so den, den, den Spot jetzt gefunden, wo man sagt, okay, da, äh, ist es wirklich heiß. Und da kommen die Bisse auch wirklich zack, zack, zack hintereinander. Denn dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn mal irgendwie, ähm, ja, ein Fisch, äh, was ist das denn jetzt schon wieder hier? Wenn mal irgendwie ein Fisch, äh, kleiner ist oder so. Aber wenn man halt immer warten muss und warten muss und dann kommt da noch so ein kleines Mistvieh bei raus, dann wird es natürlich irgendwann ärgerlich. Und das ist halt hier eben der Fall. Ich meine, der einzige einigermaßen, was ich so als, äh, ich möchte nicht mal von Hotspot reden, aber wo eigentlich recht gute Ergebnisse erzielt wurden, ist halt bei den Steinen. Aber das waren halt auch mit einer Ausnahme alles Miniaturausgaben. Das wollen mal Forellen werden, aber das sind, äh, noch kleine Hosenscheißer. Und die haben uns halt hier ziemlich, äh, behindert. Aber auf der anderen Seite guter, die wenigstens da waren. Wer weiß, was sonst, äh, ja, sonst hätte wahrscheinlich gar nichts angebissen auf diese Lachseier hier. So, jetzt haben wir 17 Uhr 48 und wir sollten doch jetzt nochmal anfangen, hier ein paar Fische zu fangen. Also, da wäre schon sehr empfehlenswert. Aber die Pose straft uns mit einer unglaublichen Ruhe. Das ist schon fast arrogant. Wie die da trotz meines Bitten und Bettelns einfach so stumpf im Wasser rumsteht. Keine Anstalten macht, irgendwie unterzugehen oder so. Da hat die keine Verträge mit. Die ist ganz cool. Bleibt die ganz locker. Juckt die gar nicht, was ich sage. Tja. Aber so ist es. Verdammtes Schwein, du. Komm schon, du Schwein, bitte. Es ist zum Verrücktwerden. Es ist zum Verrücktwerden. Mach hinne. Sieht nicht ganz danach aus, finde ich, oder? Wie seht ihr das? Also, ich, ähm, bin der Meinung. Das ist hier gerade sehr suboptimal. Versuchen das nochmal mit einem langen Auswurf hier hin. Vielleicht bringt das ja nochmal neuen Schwung in die Sache. Aber ich bin da momentan... Ja, weiß es nicht. Also, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist, äh, Mann, 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 oh. Das ist nicht toll. Äh, leg mich doch am Arsch, Marie. So, jetzt, jetzt, jetzt tut sich das, glaube ich, gerade, was? Äh, ich bin zumindest... Ich habe leichte... Vielleicht bilde ich mir das auch schon ein. Und das sind Wunschwahrnehmungen. Hier, eine Fata Morgana. Aber ich meine, ich hätte ein leichtes Zucken in der Pose wahrgenommen. Und ich frage mich, warum ich eigentlich nicht so weit mit der Pose auswerfen kann. Ich meine, das ist ja trotzdem schwach, ne? Was wir hier... Also, 19 Meter. Äh, da hinten. Ich glaube, wenn wir da hinten hinwerfen würden, da würden wir uns bescheuert fangen. Aber das ist leider im Moment nicht drin mit der Pose. Und jetzt stelle ich mir die Frage, liegt das an der Pose oder liegt das an der Rute? Wenn wir nämlich, äh, eine bescheuerte Rute gekauft haben, dann könnte ich mich natürlich schon wieder prügeln. Das ist eigentlich mal eine gute Idee, ne? Wisst ihr das eigentlich? Das können wir, das können wir mal ausprobieren. Ob das vielleicht, ah, wir haben die andere Rute gar nicht dabei, ich Affenarsch. Aber, das wäre ja trotzdem, das wäre ja mal interessant zu wissen, ne? Ob das wirklich, äh, ja, wir können es auch mal hier probieren. Na, was habe ich jetzt wieder gemacht? Na, 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 so. Ja, einziehen, einziehen, einziehen. Danke. So. Nein, das, das wollte ich, ich wollte alles, aber das wollte ich nicht. So, komm. Ob man mit der anderen Rute vielleicht hätte weiterwerfen können? Ich weiß nicht, kann man die hier wieder verkaufen? Kriegt man da ansatzweise dasselbe Geld für? Weil ich hätte schon gerne eine Rute, mit der ich weit auswerfen kann. Sonst, also, das ist schon, sonst, unsinnig, finde ich. Ziemlich unsinnig sogar. Und ich weiß nicht, wie lange die Folge hier schon wieder läuft, aber ich, äh, ja, muss euch irgendwie mit Quatschen unterhalten, weil, äh, fischtechnisch passiert hier ja immer so ziemlich gähnigs. Also, das ist, das ist, das ist, das ist, ja. Eine super Beißzeit ist das hier. Wenn das die Beißzeit ist, dann, pff. Ja, das ist stark, das ist schon ganz, das ist Hammer. Das ist schon Hammer. Ich krieg ne Macke. Ich krieg hier echt ne Vollmacke. Das darf doch alles nicht wahr sein, ey. Das ist wirklich, also, das ist, das ist ja schon, das ist fast idyllisch. Das ist, wenn das nicht so traurig wäre, dann wäre das wirklich fast idyllisch. Wenn man mal ruhig ist und sich das hier so anhört und, ne, einfach mal so quasi, ja, so einen Auswurf genießt, ne, komm, ich lass ihn einfach liegen. Dann ist das wirklich fast idyllisch, wenn es nicht so traurig wäre, dass das eigentlich so traurig ist. Also, die Forellen, die haben wohl momentan gar keinen Bock. Ich werde jetzt auch nochmal, oh, oh, da sag ich jetzt und da kommt gerade nochmal der Biss rein. Ja, komm schon. Zieh ihn jetzt auch runter. Also, die, die Pose, die hat sich auf jeden Fall bewegt. Also, ich bin nicht blind. Also, da war auf jeden Fall ne Bewegung da und da ist sie wieder. Jetzt komm schon. Jetzt, yes, baby. Na toll. Und da wartest du ne halbe Stunde lang für so ein 27, das ist doch ein Witz, das 200 Gramm. Das ist ja noch nicht mal, boah, da ist die überhaupt schon geschlüpft, ey. Das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Meine Ehre, ey. Und das bringt uns ja in keiner Art und Weise voran. Das bringt uns weder voran, was, äh, das, was die Befüllung des Cachers angeht, noch bringt uns das voran in irgendeiner anderen finanziellen oder Erfahrungspunktweise oder das ist einfach nur Schrott. Das ist einfach nur Schrott. Das sind ja Köderfische, die wir da fangen. Da können wir in die Gebüsche halten, hoffen, dass ein Hecht beißt, aber mehr auch nicht. Das ist doch, das ist doch ein Witz. Ach ja, nee, nee, Leute. Ich krieg was an der Mütze hier. Ich krieg was an der Mütze hier. Ich sag euch das. Das ist nix mehr für meine Nerven hier. Da werde ich, das belastet mich stark. Sehr stark sogar. Das ist so ekelhaft, ne? Die steht da auch so, ich, ich krieg richtig Aggressionen gegen diese Pose. Das, die, die steht so, meine Herren, ey. Richtig provokant steht die da im Wasser rum. Das, das geht mir auf den Sack. Wenn ich die da schon so dreckig rumstehen sehe, da könnte ich schon, ich könnte die schon bespucken. Ehrlich, das gibt, boah. Das macht mich so wütend gerade, das ist nicht zu glauben. Also heute regt das Spiel mich auf. Mann, 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 Mann. So, hier gibt das wohl wieder nix. Also, ich hab, äh, erkannt, dass die Forellen hier wohl wirklich heute nicht in guter Laune sind. Und, also, das lasse ich mir auf jeden Fall nicht gefallen. Also, ich werde hier auf jeden Fall, aber hundertprozentig, werde ich hier nochmal wiederkommen. Und werde auf jeden Fall hier nochmal auf Forellen angeln. Ob ich das jetzt, ähm, on-screen oder off-screen mache, das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Aber das hier, das war eine Beleidigung, was hier heute passiert ist. Ach, leck mich doch am Arsch, schon wieder so eine Kacke jetzt hier. Aber wir werden jetzt unseren Kescher voll machen. Und dann werden wir sehen, dass wir sowas von das Weite hier suchen. Aber so weit, wie wir nur wegkommen. Ich hab gerade geografisch hier nix im Kopf. Aber ich werde wirklich dafür sorgen, dass wir uns so weit von hier weg verziehen, wie es nur irgendwie möglich ist. Das ist ja ein Totalschaden gewesen hier. Leck mich am Arsch. So, da ist nochmal ein Biss. Ja, und wir sehen, wir ziehen den Fisch da. Das ist sogar eine Halsabschneiderforelle. Aber die ziehen wir raus, als wäre da wirklich, als wäre da gar nix dran. Das ist doch, das ist doch frech. Mann, 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 Mann. Naja, was ich dann aber wieder cool finde, ist zum Beispiel, dass scheinbar die Fische jetzt gerade auf Heuschrecken besser beißen. Ja, zum Beispiel auch die, da sehen wir, da kommt direkt der nächste Biss rein. Auf Lachseier war es gerade gar nicht der Fall. Was ich dann wieder relativ cool finde. Und das scheint ein schöner Fisch jetzt zu sein. Das ist auf jeden Fall, oh mein Gott, der Fisch ist da oben. Also das müsste eigentlich, ja, das ist eine Halsabschneiderforelle. Zwar wahrscheinlich, also mit 364 Gramm ist das wahrscheinlich am untersten Ende. Also wahrscheinlich ein Gramm weniger. Und das ist eine junge Halsabschneiderforelle. Ähm, aber es ist immerhin eine Halsabschneiderforelle. Und deswegen finde ich das schon eigentlich relativ in Ordnung, muss ich sagen. Und da bin ich auch zufrieden damit jetzt. So, packen wir rein und nehmen wir nochmal an dieselbe Stelle. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Biss. Heuschrecken haben wir ja noch ein paar Stück. Da scheinen die Forellen gerade irgendwie mehr drauf abzufahren als auf meine Lachseier. Wo die Lachseier eigentlich so als Premium, auch jetzt im Spiel. Ich habe mich da ja schon ein bisschen schlau gemacht. Und die scheinen doch schon als Premium-Köder zu gelten. Aber das muss man dem Spiel natürlich wieder zugute halten. Das ist eben auch wieder sehr realistisch. Es gibt einfach Tage, da kannst du auch mit den alteingesessensten Methoden keinen Erfolg haben. Und dann hältst du irgendeine Scheiße ins Wasser. Und da springen die Fische drauf. Es ist nun mal ab und zu so. Da kannst du nichts machen. So, wir haben die nächste Posenbewegung, wenn ich mir das nicht wieder wollenderweise eingebildet habe. Muss man jetzt mal kurz abwarten. Aber ich meine, da wäre gerade ein kurzes Zucken vorhanden gewesen. Könnte aber auch, wie gesagt, Einbildung gewesen sein. Aber ich meine, da wäre es schon wieder gewesen, oder? Also entweder bin ich doof oder... Das... Na gut, kann auch sein, dass ich doof bin. Also ausschließen würde ich das nicht, aber... Hm. Ja, da ist es doch. Also, ich bitte euch. So, und da ist die Pose doch ordentlich abgegangen. Aber ich glaube, es ist wieder... Ja, oder? Ja, das ist wieder eine junge Halsabschneiderforelle. Ach, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Gut, was haben wir noch? Okay, anderthalb Kilo Platz haben wir noch in der... Äh, im Setzkescher. Da wollen wir möglichst viel noch draus machen. Wäre schön, wenn wir den Platz jetzt mal mit einem Fisch belegt kriegen. Das wäre doch was Schönes, oder nicht? Das wäre, fände ich super. Jetzt ein anderthalb Kilo Fisch. 100 XP. 700 Dollar. Dann bin ich glücklich. Ich sage kein Wort mehr, versprochen. Also ich weiß gar nicht, ob es so einen Fisch überhaupt gibt. Hier in diesem Teich. Und selbst wenn der anbeißen würde, sehe ich die Chancen sehr klein, dass wir den... Oh, oh, oh. Sehr klein, dass wir den rauskriegen. Aber man darf ja wohl noch träumen. So, lass uns mal gucken. Das könnte zumindestens... Nein, das ist wieder nur eine junge Halsabschneiderforelle. Warum machen die das denn? Am Anfang geben die so kurz Gas und da denkt man, hey, das ist vielleicht ein dicker Fisch und dann lassen die sich doch so rauswedeln. Aber das waren ja wenigstens... Das war ja wenigstens eine junge Halsabschneiderforelle. Da kann man ja wenigstens schon mal Fisch zu sagen. Das war ja... Die anderen, die sind einem ja schon beim Anschlag entgegengeschwommen da. Oder entgegengeflogen eher, diese 100 Gramm Viecher. Das waren ja noch... Die sind ja gerade geschlüpft, so sahen die aus. Das hier, das waren ja wenigstens schon mal Fische. Kann man ja schon mal etwas besser mit arbeiten. So, wieder an die Stelle. Da scheint es jetzt gerade mit Heuschrecke ganz gut auf Forelle zu laufen. Vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen. Aber da kommt der nächste Biss und der ist aber weg, der Fisch. Okay, ja gut. Ist jetzt schon lange nicht mehr passiert. Jetzt sage ich da auch mal nichts gegen, weil... Ja, das hat man halt auch in der Natur. Ich glaube, das war jetzt einfach... Da konnte ich jetzt nichts gegen machen. Das war, glaube ich... Das sollte jetzt einfach so sein. Was hätte ich da jetzt anders machen können? Vielleicht ein bisschen länger mit dem Anschlag warten. Aber ansonsten... War das, glaube ich, jetzt nicht mein Versagen. Wenn doch belehrt mich eines Besseren. Ja, und so geht es hier. 18.40 Uhr geht der Tag wohl langsam dem Ende entgegen hier, würde ich sagen. Wie gesagt, viel fehlt ja nicht mehr. Gute 1300 Gramm. Da war wieder ein bisschen Bewegung an der Pose. Boah, alter. Alter Schwede. Ist das jetzt vielleicht mal ein dickerer Fisch? Oder war das jetzt auch nur wieder ein Wellemacher? Müssen wir mal gucken. Ja, also das ist zumindest... Da bin ich mir relativ sicher, dass das wenigstens eine ausgewachsene Halsabschneiderforelle ist. Also da möchte ich doch jetzt schon von ausgehen. Alles andere wird mich überraschen. Ja, und die ist auch ordentlich. Also das sind... Ja, das sind ja super Fische. Also ich bitte euch. Da, das ist ein schöner Fisch. Fisch 119 Dollar, 37 XP, 723 Gramm. Ja, dann ist... Mit so weit ist die Welt doch okay. Da bin ich doch der Letzte, der irgendwie auf die Idee kommt, rumzumeckern. Aber diese Fische haben wir leider zu selten gefangen. Und deswegen ist halt das Gesamtergebnis eher dürftig. Also wir werden es nachher oder gleich, beziehungsweise in der Endabrechnung sehen. Vorher kann man da natürlich jetzt auch kein großes Fass drauf aufmachen. Ich weiß nicht, wie viel oder wie wenig Geld wir jetzt da im Setzcacher haben. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht sagen, war es erfolgreich oder nicht erfolgreich. Erfolgreich war es auf gar keinen Fall. Denn Minus gemacht, rein angeltechnisch haben wir so oder so. Da brauchen wir uns überhaupt keine Illusionen hingeben. Also wir haben auf jeden Fall hier Geld verloren. Dadurch, dass wir ein Level Up geschafft haben, haben wir das vielleicht wieder ausgeglichen. Aber Ziel muss ja eigentlich sein, so eine Angelreise wenigstens plus minus null hinzubekommen. Also da bin ich ja schon der Meinung, das müsste das Ziel sein, wenn man 3.000 Euro investieren muss, plus eben noch diese Angellizenz, die ja auch nochmal Geld gekostet hat. Also 3.500 Euro circa. Oder sagen wir einfach mal 4.000 Dollar mit Ködern und alles drum und dran. Dann müsste man das ungefähr auch wieder erwirtschaften, damit sich das einigermaßen lohnt. Und das ist hier eben niemals der Fall. Also wenn wir richtig, richtig Glück haben, haben wir 2.000 Dollar. Das glaube ich aber nicht. Also 2.000 Dollar wäre schon echt ein Erfolg. Muss ich sagen, da glaube ich aber nicht dran. Ich glaube so an 1.500 Dollar. Und das wäre eigentlich normalerweise auch schon in Ordnung. Alles was dann da drunter ist, wäre halt, das wäre halt schwach. Das muss man sagen. Das wäre, das wäre halt schwach. Aber wir warten mal ab, wie das hier jetzt weitergeht. Viel fehlt ja nicht mehr. Jetzt sind es nur noch 600 Gramm. Ja, das können, das können im schlechtesten Fall auch noch 6 Fische sein hier. Kann man das nicht ausschließen. Aber im besten Fall ist es einer. Aber im Normalfall werden es so 2 bis 3 Fische sein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein Biss reinkriegen. Das sieht aus, als würde die Pose da ein bisschen zucken. Das würde mir jetzt natürlich gut hier reinpassen, wenn es so wäre. Na komm, jetzt nimm ihn auch, den Köder. Ja, das sieht gut aus. Das sieht relativ gut aus. Nimm ihn jetzt. Na bitte, komm. Na komm schon. Zieh ab. So, da ist er weg, der... Ja, also ich weiß es nicht, warum der jetzt hier wieder gefressen wurde, der Köder. Also ich bin doch der Meinung, ich habe doch gut angeschlagen und... Das ist anstrengend. Also wenn, warum passiert das ab und zu? Wenn das einer von euch weiß, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich muss, äh... Ja, oder würde sowas gerne verhindern. Aber ich habe gewartet, bis die Pose untergegangen ist. Habe angeschlagen. So, ja, was willst du da mehr machen? Also... Oh, oh, da ist der nächste Biss. Und das sieht doch nach einer kleinen aus, oder? Ja, eine junge Halsabschneiderforelle. So, und dann sind es noch knapp 300 Gramm. Ne, gut 300 Gramm, die wir überhaben. Und da gucken wir mal, was wir damit jetzt noch rauskriegen hier. Am besten wäre jetzt natürlich noch eine vernünftige, aber leider, leider ist das wohl sehr unwahrscheinlich. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir plötzlich nur noch Forellen damit fangen, trotz der Heuschrecken. Ne, damit haben wir am Anfang ja teilweise, haben wir Barsche, diese blauen Pissbarsche mit den Heuschrecken gefangen. So, da ist der nächste Biss. Und der sieht doch tatsächlich so vom Ding her mal gar nicht so verkehrt aus hier. Das scheint mir ein recht vernünftiger Fisch zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Erwachsener. Da lege ich mich fest. Und das ist sogar ein neuer persönlicher Rekord mit 757 Kilo. Den behalten wir mal kurz. Und jetzt sind wir ein bisschen drüber hier. Ja, und dann lassen wir es auch tatsächlich sein. Würde ich sagen, wir gehen hier, es ist auch schon 19 Uhr. Wir gucken mal, ja, obwohl wir sind jetzt 19 Uhr, ist natürlich der Höhepunkt der Fangzeit. Okay, da machen wir jetzt doch noch ein kleines bisschen weiter. Wir gehen mal ins Inventar. Setzcacher. So, da gucken wir mal, ob wir hier irgendwas loswerden können. Das kann man ja normalerweise. Okay, schwarzer Crappy, 19 Dollar. Ja, gucken wir mal, was halt relativ viel wiegt und relativ wenig gegeben hat. Blauer Sonnenbarsch. Ja, das sind eben Viecher, die kann man definitiv in die Freiheit entlassen. Wollen wir mal gucken, ob das hier irgendwie machbar ist. Kann man das? Kann man die nachträglich noch freilassen? Ich meine, man hätte das gekonnt. Irgendwie. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass man das konnte. Okay, gucken wir mal mit der hier. Aber ich habe nachher Angst, dass ich hier irgendwie alles rausschmeiße oder so. Ah, mit X kann man die ablegen. Okay. So, blauer Sonnenbarsch. X. Ablegen. Info. Okay. Gut, vielleicht geht das auch irgendwie doch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Ja, da muss man jetzt mal schauen. Hier, Karte, Werkzeug. Okay, ich bin mir gerade wirklich nicht mehr so ganz sicher, ob wir da jetzt noch irgendwas rauskriegen noch aus diesem. Ich meine, da hätte es doch irgendeine Möglichkeit gegeben, die nachher oder nachher diesen Setzcacher noch zu leeren, oder? Das würde ja auch Sinn machen. Ich meine, normalerweise müsste sowas funktionieren, aber ich weiß halt nicht wie. Gegenstand auswählen. Gucken wir mal. Ablegen. Aber das scheint nicht zu klappen. Mit Viereck auch nicht. Mit Kreis nicht. Okay, gehen wir mal nochmal hier hin. Kann man hier vielleicht. Hier hatten wir irgendwie die Möglichkeit Options. So, jetzt haben wir Interagieren. Inventar Schnurkappen. Zeitwurrspulen. Auswurfsart ändern. Okay, Einholgeschwindigkeit. Routenauswahl. Bewegen. Sprinten. Vorfachlänge bremsen. Okay, Routenauswahl. AIM. Chat. Kartenhilfe. Ja. Gut, das scheint tatsächlich nicht wirklich zu funktionieren. Aber eventuell können wir, wenn wir noch einen Fisch gefangen haben, dann auf den Setzcacher zugreifen. Das möchte ich jetzt nur mal kurz. Ja, wir sind jetzt natürlich hier in der optimalen Beißzeit. Das ist auch ein bisschen doof von uns gewesen. Die optimale Beißzeit ist jetzt. Und jetzt ist unser Cacher voll. Das ist ein bisschen blöd. Wir sehen, jetzt scheint es gerade hier zu funktionieren. Da war wieder ein kleiner Ruckler. Ah, und da ist auch wieder auf jeden Fall ein Fisch. Und ich glaube immerhin auch wieder ein... Na, jetzt geht das hier wieder los. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Zeige, verberge den Setzcacher. So, und jetzt haben wir hier halt... Ja, okay. Hier haben wir die Möglichkeit, ne? Blauer Sonnenbarsch. So, den kann man zum Beispiel freilassen. Okay. Warum auch immer ich den jetzt doch nicht freilassen kann. Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Okay, es scheint nicht zu funktionieren. Deswegen, bevor ich mich hier nachher ärgere, weil ich hier irgendein Monstervieh gefangen habe und das dann nicht mitnehmen kann oder so, würde ich sagen, beenden wir dieses Abenteuer hier. Ja, war nicht immer einfach, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir verlassen diesen Ort hier jetzt. Komm schon. Ja, mach das. Verlassen. Sind Sie sicher, dass Sie gehen möchten? Ja, ich bin sicher. Und wir schauen mal. Oh, wir haben doch beinahe 2.000 Dollar gemacht. Trotz dieser ganzen Negativ-Erfolge hier und 771 XP gesammelt. Von daher bin ich jetzt gar nicht mal so unzufrieden, muss ich sagen. Also natürlich ist einiges doof gelaufen. Wir haben nicht viele Fischarten zu Gesicht bekommen. Leider Gottes. Aber trotzdem war es insgesamt dann finanziell jetzt nicht der ganz herbe Verlust. Und wir haben halt einen See jetzt schon mal gesehen. War also auch fürs Projekt hier ganz gut. Und es hat ja auch Laune gemacht. Wir haben ein paar Forellen gefangen. Natürlich viele sehr kleine. Leider Gottes. Aber gut, es ist in Ordnung. Wir können damit leben. Jetzt dauert das hier gerade ein bisschen lange. So, Hobbygear. Jetzt müssen wir natürlich hier mal schauen. Jetzt muss man hier auch noch gewisse Sachen reparieren. Alles reparieren. Das hier zum Beispiel. Ja, das kostet. Leider. Diesen Gegenstand reparieren. Ja, möchte ich. Value Spin noch nicht. Und Hobbygear auch noch nicht. So. Dann machen wir hier Geld. Das Geld kriegen wir wieder drauf. Und weil es ein neuer Tag im Real Life ist, kriegen wir hier auch noch ein bisschen Geld drauf. Und jetzt haben wir wieder gute 17.000. Und ganz ehrlich, damit können wir leben. Also das ist absolut okay. Dafür, dass wir das hier gesehen haben. Und das war bis jetzt glaube ich auch der teuerste See, den man haben kann. Zum Beispiel hier der Mudwater River. Der ist ja deutlich, deutlich günstiger. Der kostet, jetzt mach mich hier nicht verrückt. Der kostet insgesamt 1.800 Dollar. Das passt hier. Hier sind wir okay. Hier sind wir schon. Na ja, das war doch. Das hier ist noch teurer. Aber hier ist es zum Beispiel auch wieder etwas günstiger. Ja, ich denke, dass das hier mal unser nächstes Ziel sein wird. Ich weiß gar nicht, was es da für Fischarten gibt. Aber das ist ja so eigentlich sowieso das Erste, wo man hingehen sollte. Amerikanischer Maifisch. Den kriegt man halt bis 4 Kilo. Also auch dicke Viecher. Dann ein Flachkopfwälz. Auch der bis 55 Kilo. Ja gut, hoffen wir mal nicht, dass wir so einen an den Haken kriegen. Einen Forellenbarsch können wir zum Beispiel bekommen. Ein gemeiner Knochenhecht können wir bekommen. Einen normalen Karpfen. Auch schön, dass wir sowas fangen können hier. Und Rotflossenhecht. Also auch vieles. Viele neue Möglichkeiten, die sich uns hier bieten. Und ich denke, da werden wir dann hier auch Spaß haben. Ja, das sind denke ich mal die Möglichkeiten, die uns beim nächsten Mal bereitstehen. Und da werden wir einfach mal abwarten, was sich da alles für uns bereitstellt. Jetzt wollte ich eine Sache überprüfen. Und zwar wollte ich gucken, zum Beispiel hier diese Minispin. Die werden wir ja nie wieder benutzen. Ist es möglich, die zu verkaufen? Tatsächlich. Können wir für 94 Dollar verkaufen? Das finde ich okay. Ehrlich gesagt, das finde ich wirklich okay. Okay, denn die werden wir nicht mehr brauchen. Und deswegen verkaufen wir die mal. Dann liegt die auch nicht nur blöd rum. So, jetzt was haben wir hier? Telefloat. Ich denke, auch die werden wir nicht mehr brauchen. Für 213 Dollar. Das werde ich aber erstmal nicht machen. Ich möchte erstmal hier diese Route. Gucken wir mal, was die... Die legen wir mal ab. Was die noch wert ist. Das können wir jetzt hier, dieses Cesaro. Und die könnten wir für 432 Dollar verkaufen. Und wir haben dafür natürlich ein Vielfaches mehr bezahlt. Deswegen wird uns erst einmal nichts übrig bleiben, als mit dieser Route weiter zu fischen. Es sei denn, ich... Ja, doch. Bis 4 Kilo. Das ist auch absolut in Ordnung. Hier diese Telefloat. Die werden wir nicht mehr brauchen. Deswegen kann man die verkaufen. Für 213 Dollar machen wir das sogar. Ja, monophile Schnur. Ja, diese 13 hier. Das bringt zwar nichts. Aber trotzdem verkaufen wir das. Und 0,20er ist okay. Ja, der Rest kann bleiben. Haken sind auch in Ordnung. Breit, oval, alles gut. Kleine Schnittköder, Brot, alles okay. Teigbälle, Tierfutter, das passt auch alles. So, dann haben wir hier... Ja, die sind halt hier im Haus. Das war halt, dass wir die nicht mitnehmen konnten. Das war halt sehr ärgerlich. Finde ich. Jetzt haben wir hier Fisch hat XS. Den haben wir... Ne, und wie heißt das hier? Fisch... Total 2 Kilo. Ja, das sind halt auch Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Warum soll das hier rumliegen? Aber naja, das bringt auch kaum Geld. Deswegen lassen wir das mal. Kann man diese Lizenzen auch verkaufen? Das wäre cool, wenn das jetzt noch ginge. Dass man da ein bisschen Geld zurückbekommt. Das ist aber leider nicht der Fall. Okay, dann wäre es das hier. Schauen wir mal im Rucksack nach, was wir hier noch verkaufen können unter Umständen. Das hier kann man noch verkaufen. Ja, dann blockiert das wenigstens nicht. Hier 2 mal 10. Das muss auch weg. Das bringt nämlich gar nichts. So, dann haben wir hier die Shads. Die Jigköpfe, Blinker und Spinnköder. Hier kann man leider nur 2 mitnehmen. Die hier müssen wir tatsächlich, das Ding bewegen wir mal. Dann können wir vielleicht einen mehr mitnehmen. Und Fliegen und Heuschrecken, da müssen wir uns erstmal für eine Sache entscheiden. Wir packen mal erstmal die Heuschrecken weg. Dafür können wir dann hier mal einen 4 Gramm Nanospinner ausrüsten bzw. bewegen. So, können wir einen weiteren bewegen. Dann würde ich den hier natürlich auch noch mitnehmen. Oder den. Oh, geht sogar. Korrekt. So, und ansonsten haben wir alles, was wir brauchen. Hier Brot, Teigbälle, Tierfutter. Ja, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ja, obwohl wir können einfach mal, ähm, was können wir da stattdessen mitnehmen? Wels, Rotohr, Sonnenfisch, Heuschrecken, Crappy, Wels, Brot. Ja, da müssen wir mal abwarten. Gucken wir, was sich da am besten für uns eignet. Und diese Route hier, die nehmen wir natürlich mit. Das ist ja ganz klar. Das geht nicht anders. Warum können wir die nicht mitnehmen? Haben wir im Rucksack, haben wir da schon, haben wir volles Inventar? Nö. Dann möchte ich die auch ausrüsten. So. Eins, zwei. Gut. Ja, dann sind wir soweit am Ende. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Danke sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.